ha ha, ich erinnere uns ein Videoersatz zu FreakingMickBags in unserem neuen Tryout die Woche so, ich habe vorher dann noch ein bisschen geschaut, also da haben wir ja Upgraded, ja Closed and listed, das ist der Händler, kann man es jetzt für 11.000 von den geben oder so dass man und dna mehr dazu deren kauf aber irgendwie haben wir jetzt abend und ding und dann wenn man irgendwas gering bei der bestimmte zweiter sei erfahrung dass sie transportieren so muss jetzt ist ich kann jetzt da hat es bloß die schwierigkeit geben doch kann man jetzt auch so wie jetzt einfach normal nehmen nein es war wie krass das machen und wie gut das oder wie schwierig das wird das müssen wir glaube ich wollen sie selber aufbauen oh das ist nicht so roadboosters they help you walk faster doesn't that mean i will i have to do more work yes but it also means i can build more things to keep you safe from while robots you don't want the robot to replace you your teeth with spiders do you so okay 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 was ist das kurzem Sohn. 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 The tower thing is also there. I can't do this. I don't know. I can't do this. I can't do this. I can't do this. Hello. Hello. Okay. I can't do this. Okay. Okay, I don't know. It's good to know. We need to... I can't do this. Okay. What is going on? Why... Yes, no. Alright, I've crossed the line. Okay. 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 Das kann ich nämlich drei Sachen machen. Das brauche ich jetzt gar nicht. Ich brauche jetzt erstmal einfach nur einen Miner. So wird das nichts. Das wird auch ziemlich schwierig. Okay. 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 Warten die schon wieder. Okay. Oh du hast ein Großfehl. Das ist ein Großfehl. Okay. Und das kann man jetzt von rechts sein. Gut schauen. Gut schauen. Gut schauen. Okay. Ich brauche jetzt zwei. Ich brauche noch 100. Ich brauche da vielleicht wo es ist. Ich brauche noch einen. Okay. Ich brauche mir Sand. Hier ist eine Haltung. Und das! Wie ist ein Großfehl, die ihr habt. Ich brauche jetzt einen sichern. Ah ok, da kann man 3 herumbauen. So. Jetzt mein Dorb. Jetzt mein Dorb. Nichts, das war die anderen zwei oder nicht oder? Ich finde es... ...15 wohl. Mit überhaupts nicht. Ja. Und die anderen zwei eigentlich. Oh. Was träffst du? Ich hab doch zwei... Ah, der war jetzt drin im Ding. So. So, die Fenster ist aufgebaut. Dann. So. Ich könnte mir noch irgendwas zu Hause machen. Ich weiß nicht, was man braucht. Es ist einfach immer noch zu laut, ne? Und ich kann da nicht mehr das... Ich weiß schon, dass wir uns ein bisschen schneller umgekehrt sind. Da ist der Lazy, aber... Ich hab schon gesehen. Beriks haben wir auch schon gesehen. Der Wifal Wave ist 3 von 5. Äh, das ist schon wieder fast gar nichts weg. Hallo. Okay. 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 Man hat mir doch was, wie von der Mami. Ich weiß ja nicht, was ich auslösen könnte. Ich weiß ja nicht, was ich auslösen könnte. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht, was ich auslösen kann. Okay. 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 Und er was ist etwas Alleiler. Oh, okay. Let's do it. Große kann man. Oh, nice. Oh, not for now. Okay. Große kann man. Okay. Okay. Now we have to look at how far they are. Come on. Now let's do it. That's perfect. That's perfect. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Let's see what's in the room. Maybe there's something interesting. Look at the CPU. Oh, there's a CPU. Oh, look at the CPU. Oh, look at the CPU. Ah, schau jetzt was beim Baracken bauen. Haben wir schon so weit. Wenn wir jetzt verleid haben, dass wir es nicht mehr machen können. Ich will nur die Leute mitnehmen, weil ich das bringe. Allgemein. Okay. 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 So... Okay. 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 Warte, wir brauchen noch eine Energie dafür und das können wir gar nicht vorstellen. Wir müssen wahrscheinlich beim nächsten dann auch noch Okay. Ich hab' nicht viel gemacht. Hallo. Okay. Ich sehe es, dass die so stark sind, ne? 5 cleared. Ich verstehe nicht so ganz, dass man einen Auto-Tack-off wenn man braucht. Ich kann es zeigen, aber das muss man auch nicht. No Perfekt-Score, No Perfekt-Score, Robot-Not-Damaged. So... Jetzt müssen wir Oli auszahlen. Miner, Level Null, EVE. Safe nur in so langer Garten-Street-Gott. Es ist Level 1 und Level EVE. Level 1, Level 1. Wir müssen unbedingt mehr Miner mitnehmen. Das ist neu. Das habe ich jetzt rausgeleihren, da vor der Fälle. Noch mal... Noch mal... ...vier oder... ...fünf Miner. ...vier... ...vier... ...und die meisten XP. Okay... ...vier oder nur... Ich habe viel Spaß von dem Planeten da irgendwo. Dear Sir, this is Chip reporting from the Comic Kid sector. I have run into a few snakes. The wild robots that attack every night are starting to cause problems. You know those rocks and things I'm supposed to gather? Well, I had to use some to build defense and by some I mean almost all of them. It was either that I let the robots murder the creatures you wanted me to protect. Please don't deduct the cost from my salary. In light of the situation I was wondering if you would consider sending some assistance, an additional janitor robot. What too would be extremely helpful? A fleet of warships are the state-of-the-art weaponry. Blah blah blah. I want to look at my... What are my songs going on? What are my songs going on? The best cure for laziness. I'll see you in the last one. Laziness. Not laziness. We'll have to be back. We'll have to be back. We'll have to look forward now. We'll have to look forward now. That's what we've done. It's about 60% of the left we just went on normal. We'll have to do that. mal machen weil mir jetzt eigentlich erst mal das nächste anschauen das ist einfach mal so auf normal späten oh da haben wir schon wieder eine neue laser eis tower plus oh wir können eine neue laser dinge äh tower dinge machen drei dinge gut dass wir es gekauft haben ich wusste ich wusste dass das ein Sinn macht oh diese laser eis können... oh nein ich wünsche ich könnte ein paar neue mietbikes unfortunatelli sie sind nicht ganz teuer genug zu exterminieren das in der unterstelle der spätschschutz ich könnte es uns nicht helfen das ich werde mit dem bestellen, dass ich meine laser-lose-items selber behalte ok können wir meine ja jetzt machen wir noch Zeit du 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 Oh Tower of Defense Tower of Defense, ne? Ich habe meine Zwicklung, oder? Fünfe, okay So. Das ist Wasser. Hä? Ich kann mich nicht drauf auf. Ich muss Wasser. Ich muss es nicht mehr zogen, ich muss es erst mal. Oh, Jesus. Was ist das? Du musst doch herum ein Ding bauen. Das ist ja belastend. Das ist ja mehr als belastend. Ich kann da nirgends was herbauen. Kann ich da noch was herbauen? Kann da nix? Vielleicht doch gescheiter gewesen. Guck mal jetzt an eine neue. Guck mal jetzt an eine wo. Was hat die? Guck mal so aus. Das ist das. Ich frage mich ob die die zum Miner benutzen können. Jetzt ein Miner damit verkauft. Ob der die Mining kommt. Das war interessant. So. Dann ist man dann sowieso nur. Oh ja. Oh. Hello. Another secret. Oh lol. Das ist ja krass. Ich weiß noch nicht wo die herkommen. Ich weiß noch nicht wo die kommen. Ich weiß noch nicht wo die kommen. Hier kommt der Boss. Der Boss Ding. Jetzt schaue ich wie es so aus ist. Ist dann mein so Ding so wie ich das. Ist gut. Nein, ich kann die teils vernachlässigen. Okay. Okay. Oh lol. Ich habe jetzt alles was tun kannst dafür. Ich habe überlegt ob das nicht gut ist. Aber wenn ich da herum euch hätte. Oder. Wann. Was mein doch noch. Wann den hier bauen? Oh ja. Ich kann jetzt zwei Laser. Die drei Laser jetzt ein oder nicht? Hm. Ja. Ne. Jetzt meine Auffa. Und ich glaube sie sich da um und auf zu. Ja, du musst mal rein. Okay. Du musst nur noch mit Swar. Du musst nur McRae sein, ja. Ah, Day-1 mit 10. Schau hier. Raps 2. Ist doch rein. Oh, ja, ja, das weg, ja. Vielleicht müssen wir noch was anderes finden. Ehm, ich kann mich nicht mehr auf den zweiten Porn, ne? Was ich für? Hallo! So, da brauchen wir jetzt einen weich, ich verriere es mir leid, aber ich brauche das nicht. Ich weiß nicht, ob wir so eine Reise halten können. Nein, wir brauchen mindestens zwei. Du, ist da eine Gehe, was tut mit dir? Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt kommen müssen. Okay, so jetzt nichts mehr können. Was ist denn da? Ich glaube zumindest, dass du nichts kennen sonst. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Wir fahren 20 Uhr in den Spaceship. Ich habe es doch. Ich weiß nicht, ob wir das gleich noch mal hergenommen haben. Wo ist es noch mal? Dedo, dedo, dedo. So. Ja, es dauert ein bisschen bei mir. Ja, cool, Alter. Gut, dass ich das jetzt auch mal weiß. Ähm. War erzert? Towerhaini war er. Ist da drin? Okay, okay. Ja, dann wollen wir den Laser mit dazu, oder was? Gibt bestimmt noch was zu wusste, dass du irgendwie sagst dann so, Yo, Alter, dann macht man jetzt dies oder dies draus. Aber das macht jetzt gerade am meisten Sinn so. Kann da nichts hören, ne? Ich weiß aber lieber warum. Ganz komisch. Da ist noch eine Runde. Da ist jetzt schon mal happig. Aber dafür werde ich wahrscheinlich die Kanonen brauchen. Würde ich auch noch eine kriegen. Aber ich weiß nicht, wie man es benutzt. Oder wenn ich mich davon ausüben. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ich weiß nicht, wie es nicht ist. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ja, wir lassen uns doch mal ein bisschen. So. Die Worte hören dann. Take. So hat er dann Oh So So Die brauchen wir vielleicht genug haben Problem ist, ich weiß nur, wie die Gong haben Ah so Oh Die Gong ist okay So All right, jetzt habe ich das auf der nächsten Okay. Okay, 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 okay. Haben wir noch in der Boa. Gold, jetzt Goldfarbe. Mega. Mein Hauptproblem ist eigentlich das, dass ich es da herum selber bekämpfen muss, hauptsächlich. Deswegen... Wenn ich genau mal nur irgendwo Quicksing, hast du da unten? Ne, oder? Das ist nur Wasser. Bestimmt gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass man auch Wasser oder so baut. Was wahrscheinlich, äh... Machine Gun Drone. Jo, was sonst? Okay. 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 Oh, jetzt habe ich drei. Okay. 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 Du meinst die Knurzeig von den ganzen anderen Nütz. Komm schon. Was ist gut für den Spawn? Okay. Wer ist jetzt drin? Ja, was habt ihr wirklich mit einem Wasserhund? Ich bin welche Hundeboel. Ich habe gleich noch nicht mit einem Wohnm Patienten. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Du bist glücklich. mhm, 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 mhm Oh, ne, war cooler Grund Machen wir mal gleich fertig Ich hab's jetzt... Haul Ich komm davon, wenn wir sich die ganze Zeit einmischen und so haben Sind auch noch nicht gestorben So Researching haben wir dann complete Ich weiß nicht, wo es noch mal ist Oh, okay Was ist denn du jetzt? Okay, okay Komm mal sonst nix, oder? Hey, da geht der Tür auf Hey, four humans explore all spaceships in 10 days Wow So, jetzt echt schon nicht so schwierig Oh, das ist irgendwie lustig 100% Ich stelle mir das jetzt nicht so schwierig vor Das ist noch ein bisschen blöd Du kannst natürlich viel mehr her bauen Du hast aber in der, äh, Mission Hast du zum Beispiel ewig Zeit, so, zum aufbauen Du kannst alles sehen nachher von Zwei Tage im Spiel machen Gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da Ich schau dann bloß an was du die Besten an Das ist jetzt auch nicht wirklich interessant Bis zum nächsten Mal, Haui, Dere